hallo und herzlich willkommen zum allerneuesten video von all in nft in dem heutigen video möchte ich euch einmal die plattform ob uns hier etwas näher darstellen in meinem letzten video solltet ihr das verpasst haben gerne mal in der timeline abchecken habe ich euch ja die verschiedenen marktplätze ob sie magic eden und so vorgestellt und euch ja auch gesagt dass ich ob sie meisten nutzer auch für meine podcast um am ende die flurpreise durchzugehen und da kam natürlich die frage auf wo guckst du bei opensea was gibt es da zu achten und deswegen möchte ich euch einmal in diesem kleinen video einfach mal die übersicht zeigen was opensea so bietet wie ihr euch da anmelden könnt und worauf ihr bei dem ein oder anderen projekt auf jeden fall achten solltet ich habe jetzt mal weil ich ja mit meinem account schon bei opensea angemeldet bin einfach eine andere metamask angegeben wenn ihr dann das erstmalig seid dann werdet ihr automatisch bei opensea dazu veranlasst die seite natürlich zu signen im web 3 ist natürlich klar weil ihr müsst euch dann mit eurem metamask dann natürlich da anmelden müsst die seite signen so dass sie dann auch zugang zu euren nfts nicht angezeigt werden ihr seht ich habe hier eine degen mask wer dazu fragen hat kann ja gerne mal in die kommentare auf schreiben ob ich dazu ein video machen soll was das ist auf jeden fall können wir die hier ganz normal verbinden verbinden und jetzt ist die aktiv und ihr seht accept and sign ich mache die metamask mal zu dann müsst ihr das hier unterzeichnen wie gesagt ist ja das ganz normale web 3 geschehen ihr unterzeichnet die seite dann bei opensea und ihr seht beim profil ist natürlich leer annimmt weil ist eine degen mask und wie gesagt wer da noch nicht so die das know how hat und weiß jetzt was wofür die degen mask ist gerne mal in die kommentare schreiben wenn ihr möchtet mache ich dazu dann auch mal noch ein extra video aber darum soll es heute nicht gehen ihr habt ihr gefragt sebi bei deinem podcast sebastian worauf schaust du ich schaue mir immer an die stats deswegen immer diese live reactions bei dem podcast denn ich komme auf die ganz normale internet seite also hier auf die homepage von opensea und dann ist meine erste anlaufstation die stats und das ist das was ich immer sage hier haben wir einmal das 24 stündige trading volumen was wir natürlich auch auf die sieben tagesschats ändern können das mache ich ja in meinem wöchentlichen youtube video wo wir uns dann den sieben tagesschats anschauen können hier sehen wir zum beispiel jetzt dass die ns zunehmen mit dem trading volumen von 68 oben ist und das könnt ihr natürlich auch auf ihr habt ihr gesehen bei 30 tage oder all time machen wenn wir uns das jetzt wie gesagt 24 stunden ansehen haben wir haben wir das volumen und hier den angehenden florpreis würde ich doch sagen gehen wir gleich mal auf den florpreis ein der florpreis ist ganz einfach erklärt ist nämlich dass natürlich klar jetzt wo für funktionen dass sie natürlich da jetzt nicht drauf gekommen sind so florpreis ist jetzt geht es drauf florpreis ist der niedrigste also boden der niedrigste preis für das gerade der nfc von diesem projekt von dem board apes dann quasi verfügbar ist das seht ihr hier 95 ist gerade der günstigste affe den ihr bei den board apes kaufen könnt ihr seht auch wenn ihr dann darauf klickt auf den florpreis und allgemein hier ist in der regel das hat sich zum glück mittlerweile geändert low to high eingeführt also dass ihr gar nicht mehr irgendwie noch klicken können dass ihr nicht direkt die günstigsten angezeigt bekommt sondern ob es hier mittlerweile eigentlich so habe ich es bis jetzt immer festgestellt das eingestellt dass ihr von preis low to high euch das ganze anschauen könnt aber ihr könnt euch natürlich auch noch viel mehr anschauen ihr könnt euch wie sendet listet anschauen also die die erst vor kurzem gelistet worden sind wir sehen dann hat das hier auch schon mal ganz andere preisregionen und das veranlasst natürlich dann wenn man sich hier so durchgehen denkt okay der günstigste 103 da muss ich ja wenn muss ich dann dann ist das ja der günstigste dann schlage ich jetzt zu wenn der 225 kostet ist nicht so einer preis low to high ist dann der günstigste bei 95 hat natürlich auch einen anderen seltenheitswert das ist natürlich auch der grund warum die florpreise dann ein bisschen ein bisschen variieren wenn wir uns das jetzt hier zum beispiel mal high to low anschauen also der teuerste der gerade auf open sea ist ja okay also ihr seht ich glaube dem will gar nicht einer loswerden und wenn dann will er anscheinend ein bisschen damit machen wir können ja mal drauf gehen was das umgerechnet gerade an wert ist sind ein paar sind ein paar kommazahlen dahinter wie gesagt das seht ihr dann auch wenn ihr da drauf geht ist das hier auch immer dann in dollar umgerechnet das war ganz kurz dazu ich habe ja gerade gesagt wie ihr dann ihr habt übrigens noch mehr möglichkeiten hier also ihr seht das ja ending soon resented created resented received resented sold also auch kürzlich was verkauft ist da könnt ihr dann natürlich schauen für was die letzten nfts in der form vom weg gegangen sind gerade auch bei anderen projekten und dann habt ihr natürlich da auch die möglichkeit so ein bisschen den charts zu sehen ist es gestiegen ist es gesungen aber ich komme darauf zurück vielleicht gleich noch mal denn das was ich euch ja gerade gesagt habt ihr habt natürlich auch die möglichkeit euch die verschiedenen seltenheit gerade anzuschauen das ist ganz einfach das seht ihr einmal hier hier haben wir einmal diese background closes earring eyes für hat maus das sind die unterschiedlichen properties die bei dem board apps dann quasi gelten wir schauen uns das jetzt einmal noch mal an wenn wir jetzt beispielsweise hier auf den günstigsten gehen für 95 ist also aktuell 115.000 dollar dann seht ihr hier habt ihr hier die properties die der board app vorweist das ist einmal hier 13 prozent heftes trade ein prozent heftes trade 4 prozent heftes trade und bord 23 also hier eine background closes eis maus für so und so viel prozent von der kollektion gibt es halt diese nfts die das haben und je niedrig je niedriger der wert angezeigt wird bei den properties desto seltener ist euer nft das können wir uns jetzt mal anschauen bei dem würde ich sagen schauen uns das noch mal bei den günstigsten bei dem teuersten an würde ich sagen dazu gehen wir noch mal einfach zu high to low schauen uns dann erzieher mal den jahr an der sieht ja schon mit der goldenen jacke sehr wahrscheinlich sehr selten aus genau jetzt haben wir hier zum beispiel closes hip hop hart vier prozent drei prozent zwei prozent background 13 prozent wobei man wirklich sagen muss background ist immer so dass das worauf es am wenigsten ankommt viel wichtiger ist so das aussehen aber ihr seht beispielsweise hier eine closes hip hop ein prozent das ist schon das ist schon ist schon selten also ein prozent von 10.000 ist dann schon ist dann schon eine nummer die halt dann ein bisschen selten als wenn wir uns das jetzt mal vielleicht hier den anschauen das sieht ja auch noch ganz cool aus hier seht ihr es auch er hat auch ganz niedrige werte zwei prozent fünf prozent closes nur wieder zwei prozent ist bei dem board apps wo wo es anscheinend am meisten drauf ankommt das ganze kann ich euch auch am besten noch mal an einem anderen projekt zeigen schauen wir nämlich dann dazu gleich was ich euch auch bei search zeigen kann und zwar gehen wir jetzt mal so könnt ihr nämlich auch projekte suchen hier ganz oben in der suchliste gehen wir jetzt mal aber die das halt ein und ihr seht schon ganz klar was ist hier gibt es auch was mit adder auch mit dem zeichen ist ein account aber möglicherweise ist das ich gehe mal da drauf ist jetzt ich war auch noch nicht vorher da drauf ne ihr seht okay das ist ein account aber dazu gar kein schlechtes land wenn ich mir das jetzt hier so anschaue aber das ist jetzt was anderes es ist das problem ist einfach dass wir viele scam projekte auch hier bei bei openc haben mittlerweile hat sich das durch den neuen verifizierungsprozess ein bisschen geändert der vor ein paar wochen durchgeführt worden ist aber es ist immer noch so dass wir einiges gern projekte haben worin unterscheiden die sich ganz einfach schaut einfach hier das collection belongs to verified account and has significant interesting or sales das ist einfach ein projekt das bei openc verifiziert worden ist wie gesagt das muss ein paar prozesse durchlaufen und wenn ihr diesen haken seht hier auf der rechten seite wie gesagt schaut genau hin es gibt ja mittlerweile auch die möglichkeit das ganze irgendwie einzufügen schaut genau hin ihr kriegt hier die mitteilung dazu dann passt das immer do your own research on the research also immer selbst ein bisschen noch mit mit beschäftigen nicht einfach in fomo ausbrechen ich weiß auch wenn schwierig ist aber wenn wir jetzt wieder auf openc die thematik zurückkommen sehen wir zum beispiel jetzt hier bei other side haben wir hier viel viel mehr so ihr seht ihr zum beispiel wir haben hier artefakte die möglich sind wir haben hier und die unterschiedlichen kategorien die könnt ihr suchen coders also wenn ihr jetzt beispielsweise einfach bock habt ein coder auf eurem opens auf eurem aber die zu haben dann könnt ihr auch hier die auswahl machen da müsst ihr gar nicht erst wie vorhin high to low und dann alles durchgehen sondern ja ich möchte ein coder von denen gibt es insgesamt 10.000 stück von den 100.000 ländern geht ihr auf ja und ihr seht schon okay jetzt werden mir nur die länder angezeigt die einen coder hier drauf haben wir uns das ganze jetzt mal anschauen sehen wir hier ja da ist der coder der ist da drauf das sind die 10.000 länder also die die bockens jetzt gelistet sind von denen es insgesamt 10.000 stück sind die einen coder haben hier könnt ihr das ganze natürlich dann auch wieder so machen damit low to high und dementsprechend seht ihr das wenn ihr das ganze wieder weg haben möchtet könnt ihr das wegexeln und dann werden auch schon wieder alle angezeigt das könnt ihr mit allen properties machen die so ein nft projekt mit sich bringt dementsprechend auf jeden fall eine coole sache die open c da eingeführt hat und so könnt ihr euch wenn ihr euch ein bisschen beschäftigt worauf kommen die seltenheit gerade an also was ist selten was ist wichtig das weiß natürlich jetzt bei dem projekt noch nicht alle weiß man weiß man noch nicht ist auch manchmal so eine glückssache aber wenn man sich da ein bisschen hinsetzt und dass das durchgeht dann kann man damit auch den ein oder anderen profit mitnehmen und hat den einen oder anderen vorteil weil ihr euch damit beschäftigt hat und andere nicht kommen wir wie gesagt noch zu einer anderen sache und wenn wir zum beispiel jetzt hier den status sehen sehen wir hier zum beispiel bei now und on auction wir gehen mal auf bei now die kategorie gibt es nämlich aus dann seht ihr es hat sich eigentlich groß nichts verändert zu gerade und wir haben hier immer noch den grauen das graue ethereum mit 2,80 als floor und 4298 items jetzt drücken wir das ganze aber weg und gehen mal auf on auction wir sehen das sind nämlich viel viel weniger denn es ist ihr könnt euch das ganze so ein bisschen wie bei ebay vorstellen wo ihr auch die möglichkeit habt sachen für sofortkauf reinzustellen oder sache mit geboten die dann halt laufen und ihr seht das sind jetzt objekte on auction die jetzt für gebote weg gehen das heißt das höchste gebot wenn es hier in drei tagen abläuft dafür geht es dann weg und aktuell seht ihr hier das sind dann top bit 2,65 is könnt ihr jetzt hier ein gebot setzen ihr seht dann auch hier anders als bei ebay vorteilsweise hier dass ihr auch sehen können wann so die gebote durchgeführt worden sind und das sind aktuell wie gesagt noch zwei tage wie lange das land läuft ihr seht aber auch hier haben wir jetzt ein linie also ein pinkes zeichen würde ich sagen w eth das ist einfach wrapped ethereum das ist nichts anderes als eis allerdings muss das noch einmal umgewandelt werden das wäre jetzt ein einziges video was man wie ich euch das zeigen würde mit dem umwandeln kann ich vielleicht als kurz video mal wachen wenn ihr interesse habt gerne in die kommentare aber letztendlich ist es vom wert her genau gleich zu sehen wie eis ihr könnt es halt nur nicht mit eis kaufen sondern müsst es halt vorher erstmal umwandeln aber dementsprechend habt ihr einfach jetzt mal den unterschied gesehen dass es auch die möglichkeit gibt zu bieten oder halt das per sofort kauf auch zu nehmen dazu habt ihr halt nur die möglichkeit dass dann das dann zu sehen was ich euch auch noch auf jeden fall zeigen möchte ist ich habe euch ja gerade gezeigt dass wichtig ist dass ihr darauf achten müsst dass es verifiziert ist aber ihr habt natürlich auch die Möglichkeit nicht nur bei OpenSea nach einem zu suchen so dass ihr euch ja selber drauf verlassen müsst oder informieren müsst dass es das richtige projekt ist sondern ihr habt vorteilsweise und das muss ich sagen das macht jedes zuverlässiges NFT Projekt mittlerweile habt ihr die Möglichkeit auch euer NFT Projekt über Discord oder so zu suchen wenn wir jetzt das zum Beispiel sind gut das ist jetzt mein Discord da ist noch keine NFT Kollektion vorhanden wenn wir uns das jetzt mal hier in Form von ich suche jetzt mal ganz kurz raus eigentlich ist es ja egal gehen wir mal auf Word of Woman gehen wir mal Word of Woman ihr seht hier offizielle Links offizielle Links ist eigentlich immer vorhanden also jeder Discord der ansatzweise ich will noch nicht mal sagen professionell aufgebaut aber jedes NFT Projekt hat offizielle Links damit ihr gar nicht erst gescamt werden könnt von der Projektseite beziehungsweise von anderen das bieten die an finde ich super ich habe auch offizielle Links bei mir damit ihr auf Nummer sicher geht und wenn wir jetzt zum Beispiel sehen 6.7 gab es übrigens eine neue Kollektion von Word of Woman die Capsules also wer das noch nicht gecheckt hat gerne mal Podcast abchecken da hättet ihr das jetzt auch direkt am 6.7 erfahren oder bei meinen Social sogar noch früher gehen wir mal drauf das ist nämlich die offizielle Kollektion und ihr seht ah die sind sogar schon verifiziert sehe ich jetzt auch gerade erst das erste mal war nee nämlich letztes mal noch nicht es dauert ein bisschen was und das sind die aktuellen Kapseln der Word of Woman ihr seht der Floorpreis bei 0,14 und so seid ihr direkt bei dem offiziellen Account klar ihr könnt euch hier auch nochmal informieren jetzt ist es verifiziert aber wenn Projekte anfangen ist es oft so dass die noch gar nicht verifiziert sind sondern das dauert etwas das kann etwas dauern und und dadurch habt ihr dann die Möglichkeit besser auf diese offiziellen Links zu klicken in den Discords oder so und habt dann die Gewissheit zu 99,9 Prozent 100 ist nie 99,9 Prozent dass ihr auch auf dem offiziellen OpenSea Account seint anders geht das natürlich auch wenn wir uns das jetzt nochmal bei einer reinen Internetseite anschauen wenn ihr beispielsweise noch gar nicht die Möglichkeit habt wenn noch kein Discord vorhanden ist ich habe mir die WeFriends jetzt hier mal als Beispiel genommen ihr seht WeFriends das ist der offizielle WeFriends Account dann gehen wir auf einmal auf WeFriends.com die haben wenigstens ihre Internetseite darüber verlinkt und da muss man einfach mal ein bisschen suchen meistens ist es ja so wie hier auch das ganz unten immer die die ganzen Social Kanäle oder sowas verbunden sind und wir sehen hier auch OpenSea ist auch verlinkt dann gehen wir hier einmal auf die WeFriends Kollektion OpenSea und wie wir sehen das ist dann die WeFriends 1 Kollektion und ihr seht da sind wir wieder bei dem offiziellen WeFriends Account so habt ihr auf jeden Fall die Möglichkeiten relativ sicher auf die offiziellen OpenSea Seiten zu kommen Eine Sache möchte ich euch glaube ich noch ganz kurz abschließend zeigen denn ich denke das dürfte vielleicht auch für den einen oder anderen interessant sein denn ihr könnt der Vorteil der Blockchain Technologie man weiß immer wann wo was herkommt und wann es das erste Mal aufgekommen ist so habt ihr natürlich auch noch mal so ein bisschen Research ihr seht hier Sales and Transfer von dem Item also von dem NFT ihr könnt sehen was seitdem das NFT rausgekommen ist und auch noch in 100 Jahren wie die Reihen folgt also was damit passiert ist wer der Besitzer war und alles drum und dran das ist der Vorteil der Blockchain Technologie wir sehen hier wenn wir ganz runter gehen hier ist sogar das Mint Datum also ihr seht wann das gemintet wurde und das ist jetzt nur die Ansicht auf OpenSea ihr habt dann auch noch im Etherscan Contract also bei Etherscan könnt ihr euch den Contract anschauen da seht ihr natürlich noch mal viel viel mehr aber Etherscan wäre jetzt auch wieder ein anderes Thema aber ihr seht bei OpenSea ihr seht One Year Ago hier am 13. Mai WeFriends 1 wurde gemintet und danach seht ihr einfach wie es hier so weiter ging war auch ganz interessant zu sehen für 17 E's wurde der mal verkauft also das scheint so der Höhepunkt gewesen zu sein und dann wurde das nach und nach immer weiterverkauft ihr könnt euch hier die Verkäufe ansehen und definitiv also eine mega coole Sache ich könnte bei OpenSea noch ein bisschen mehr zeigen wie gesagt wenn ihr noch Fragen habt oder so gerne bei OpenSea habt ihr natürlich auch die Möglichkeit eigene NFTs zu kreieren und verkaufen aber das würde natürlich jetzt den ganzen Rahmen sprengen einzig was ich euch vielleicht noch zeigen möchte ist das ist vielleicht ganz interessant dazu wechsle ich aber ganz kurz mal die Metamast so ich habe jetzt meine Metamast mal geändert weil das andere war wie gesagt ja eine Degen Degen Wallet und jetzt sind wir hier auf meiner Metamast und wenn ihr mal ein NFT kauft was noch nicht revealed worden ist oder was was noch neue Metadaten hat oder beispielsweise nämlich bei der ENS Domain kam die Frage nämlich häufig auch bei mir wird es angezeigt not available wie was was ist da los wartet eine Zeit es kann sein dass ihr hier mal auf refresh Metadata drücken müsst dann habt ihr ein Update von den aktuellen Metadaten des NFTs das heißt wenn dann ein Reveal stattfand und die werden nach und nach enthüllt die NFTs dann einfach mal wenn der Hinweis kommt refresh Metadata klickt hier drauf refresh Metadata und dann wird das dann quasi auch enthüllt sobald das im Contract dann passiert ist das war es an dieser Stelle ich hoffe euch hat dieses kleine Video zu OpenSea gefallen wie gesagt es ist noch viel mehr möglich da man könnte es noch viel viel ausführlicher machen aber ich denke damit wird den einen oder anderen schon mal geholfen sein worauf er schon wieder mehr achten kann worauf nicht wie gesagt ihr seht ja so nach und nach mache ich das mit den Videos und wenn dazu immer weiter Fragen entstehen gerne in die Kommentare ich beantworte die ja auch wenn ihr das in vorherigen Videos seht immer schon gerne darunter sammelt das und dann wird es nach und nach auch Updates Videos zu kommen mit den Fragen die aufgekommen sind mit möglicherweise Neuerungen so dass wir alle zusammen up to date bleiben alle zusammen hier diesen Weg im NFT und Krypto Bereich gehen der noch ein sehr langer steiniger sein wird aber zusammen schaffen wir das schon ich hoffe euch hat das ganze gefallen abonniert gerne den Kanal Podcast auf allen Podcast Plattformen Spotify Apple Podcast was weiß ich gerne da auch mal ein Abo da lassen abchecken all in NFT und da würde ich einfach sagen schaltet das nächste mal wieder ein wenn es heißt all in NFT ja 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 ja